Seid ihr Lust, ihr Abenteurer? Bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. In den letzten beiden Folgen hatten wir Erkundungsfolgen und haben auch wirklich viel geschafft hier in Wehlen. Und werden jetzt in dieser Folge mal wieder eine Gewinnfolge machen, denn das ist ja auch schon eine Weile her und wir haben mittlerweile einige Spieler, die wir bekämpfen können und wo wir hoffentlich noch ein paar gute Karten abgreifen können, damit unsere Decks mal ein bisschen stärker werden, beziehungsweise wir auch mal Nilfgaard-Deck spielen können. Da sind wir nämlich kurz davor. Unsere ersten Gegner hier sind in Krenfels und da bleibt zum Beispiel dieser Händler, gegen den wir jetzt direkt mal spielen werden. Wir setzen natürlich 10 ein. Alles andere wäre eine Beleidigung. Der nickt schon so, wissend. Oh, der wird mich plattwalzen. Ja, das werden wir sehen, ob wir in der Lage dazu sind. Unser Deck ist im Prinzip fertig, da brauchen wir nichts weiter tun. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier ziehen werden. Soltan, den Fürsten ist okay. Da ziehen wir noch zwei weitere Karten. Wir haben zum Glück unsere Heldenkarte gezogen. Das hat man auch an dem akustischen, an der Akustik eben gehört, an dem Sound. So, jetzt haben wir Keira. Keira. Nehmen wir hier von einem weg. Wir haben sehr viel Nahkampf, ne? Fernkampf. Das ist Belagerung. Ich lasse es mal so, wie es ist. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Auswahl quasi. Also, wir können... Ja, wollte ich gerade sagen. So, die Runde beginnt. Unser Gegner fängt an. Und spielt die Gottverdarmte Infanterie. Eine schwächere Karte kann es nicht geben. Oder fast nicht. Schon Wahnsinn, dass er sowas in seinem Deck hat. Ich glaube, wir haben nichts zu befürchten. Wes, okay. Ein bisschen besser. Wir spielen Soltan. 10 gegen 6. Gleiche Anzahl Karten. Sheila. Okay. Da spielen wir Keira dagegen. Oh nein. Er spielt seine Heldenkarte. Und... kriegt mich damit tatsächlich ein bisschen. Entweder wir gehen jetzt all in. Wir spielen Stennis. Und ziehen zwei Karten. Das... Nun ja. Er zieht auch zwei Karten, okay. Nun. Was tun wir? Tala ist natürlich die wesentlich bessere Karte als Stennis. Wenn er jetzt gewinnt, zieht er in der Karte und wir sind wieder gleich. Das bringt es irgendwie auch nicht. Okay. Wir spielen unsere Heldenkarte. Jetzt spielt er die Gottverdammte Infant... Äh, die Gottverdammte... Ne, nicht die Gottverdammte, sondern der... Belagerungsexperte. Hier ist das, ne? Ja. Okay. Er ist nur noch einen Punkt vor uns. Wenn wir jetzt diese Karte spielen, dann verstärken wir Tala und sind einen Punkt vor ihm. Okay. Aufgeben will er offenbar auch nicht. Wenn wir das spielen, verlieren wir einen Punkt und er verliert sechs Punkte. Dann ist er immer noch vor uns. 35 zu 34. Sheldon Skeks. Okay. Wenn wir jetzt die Fernkampfreie schwächen, dann verliert er sieben Punkte. Wenn ich richtig rechne. Und wir verlieren vier. Dann haben wir Gleichstand. Machen wir jetzt einfach mal. Mal sehen, was er draus macht. Er spielt eine Karte, die ihn jetzt nicht so wahnsinnig nach vorne bringt. Dann spielen wir... Wir sind immer noch vorne. Allerdings kann ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel tun. Ich spiele jetzt nochmal die Drachenjäger. Er passt. Na Gott sei Dank. Er passt und wir ziehen eine Karte. Wenn wir jetzt keine... Wenn wir jetzt eine Sonderkarte ziehen, dann wäre aber ein Punkt okay. Ziehen wir nicht. Er hat zwei Karten. Nein. Ah. Okay. Ich kann eigentlich... Ich kann nichts schwächen. Weil wenn ich was schwäche... Wir könnten das tatsächlich verlieren. Ich muss irgendwas spielen. Was soll ich tun? Wenn ich das jetzt tue, hat er einen Punkt. Und wir sechs. Dann ist der Abstand gesunken. Was schlecht wäre. Also pass' ich. Er spielt Sultan. Okay. Er spielt Sabrina. Gut. Damit haben wir verloren. Wir haben verloren. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf. Wir haben 20 Kronen verloren. Nö. Wir spielen nochmal. Und diesmal nur fünf. Habe ich jetzt zwar aus Versehen nur gemacht. Aber was soll's. Ja, das ist... War jetzt tatsächlich ein guter Gegner. Muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt groß falsch gemacht habe. Vielleicht hätte ich in der ersten Runde nicht so viel reinballern dürfen. Vielleicht war aber auch unsere Hand einfach nicht so besonders gut. Ähm. Wir nehmen mal Sultan raus. Und wir nehmen mal Siegfried raus. Okay. Wir haben fast nur Fernkampf. Und wir fangen an. Ähm. Mal gucken, was das wird. Das ist jetzt relativ gleich. Okay. Dann setzen wir mal Deadmold ein. Er setzt Schieler ein. Er setzt einen Keira ein. Er setzt auch Keira ein. Wir verstärken... ...diese Reihe. Wir sind jetzt bei 28. Und er passt. Wir sind am Zug. Passen auch. Kriegen eine Karte wieder dazu. Und sind dann wieder gleich. Okay. Wir können jetzt mit den Drachenjägern extrem viel Stärke gewinnen. Das machen wir auch. Oh nein. Noch eine Heldenkarte. Warum haben die alle so viele Heldenkarten? Das ist ja Wahnsinn. So, ich sag mal so. Viel Spaß. Wie kann man so eine Gümpelkarte im Deck haben? Die bringt überhaupt nichts. Die verstopft das Deck nur. Okay. Klirrende Kälte. Bringt ihm tatsächlich mehr als uns. Da hat er mal was Kluges gemacht. Was kann er nochmal ausspielen? Extremdichter Nebel. Extremdichter Nebel war Fernkampf, ne? Er kann einfach unsere... Er kann einfach unseren Fernkampf komplett zerpflücken. Und ich kann noch nicht mal was dagegen machen dann. Weil ich meine Fähigkeit jetzt nicht mehr einsetzen kann. Wir machen jetzt mal folgendes. Wir spielen das. Wir müssen das spielen. Jetzt ist er dran. Er spielt den. Und jetzt setzen wir unsere Anführerfertigkeit ein. Und haben gewonnen. Oder? So eine Stärke hatten wir auch noch nie. Ist das das Cap eigentlich? Oder war das gerade nur Zufall, dass es 99 sind? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, wir haben 10 Krone erhalten. Und den Elfenscharmützler. Gucken wir uns diese Karte doch mal an. Das ist bei den Scoia-Tel. Da haben wir den Elfenscharmützler. Der Elfenscharmützler hat auch eine besondere Fähigkeit, nämlich Musterung. Finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Allerdings haben wir ja noch so gut wie keine Karten für die Scoia-Tel. Das war glaube ich erst die dritte oder so. Die dritte Einheitskarte, die wir im Deck haben. Also kaum der Rede wert. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben noch weitere Leute, gegen die wir spielen können. Und unter anderem ja auch noch den blutigen Baron selbst. Gegen den Quartiermeister haben wir glaube ich schon gespielt, ne? Gegen den haben wir schon gespielt. Auf Wiedersehen. Aber der Schmied hier, mit dem können wir auch noch spielen. Fergus. Wie kann ich helfen? Ich will dich mit Karten schlagen. Also das klingt jetzt nicht so wie ich es meine. So und dann gehen wir mit dem Einsatz aber jetzt auch wieder auf 10. Nicht dass ich dadurch reich werde. Das ist egal. Ich will mit ein paar Partien gewinnen spielen. Das würde mir gut tun. Vor allen Dingen, er will ein paar Partien gewinnen spielen. Ein paar Partien. So, nördliche Königreiche. Los geht's. Oh, er hat ein Square-Tel-Deck. So, äh, die Belagerungsexperten sind theoretisch gar nicht so schlecht, weil wir relativ viel Belagerung haben, aber ich habe einfach bessere Karten im Deck. Die Finte. Nicht schlecht. Unser Gegner ist am Zug und fängt an. Toruviel. Kennen wir aus dem ersten Witcher-Spiel. Und auch aus den Romanen. Ich würde dich ja gerne aus der Nähe töten, aber du stinkst, Mensch. Dolblatana-Schütze. Dolblatana-Spea. Mach mir weiter. Doppelte Stärke. Okay. Interessant. Wenn wir vorhaben, in der nächsten Runde zu gewinnen, bringt uns Finte nicht, also es bringt uns nichts, das zu behalten. Ich nehme den, weil wir eventuell den dritten ziehen. Hä? Ich bin so dumm, ne? Ich habe nicht, ich habe nicht bedacht, dass wir dann... Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Wie kann ich helfen? Das war ein kompletter Denkaussetzer. Dadurch hatten wir natürlich weniger als der Gegner und konnten gar nicht mehr gewinnen. Das würde mir gut tun. Weil der andere Drachenjäger dann ja seinen Bonus verloren hat, die Verdopplung seiner Stärke. Komplett dämlich. Komplett dämlich, wie man so dumm sein kann, ist unglaublich. Ähm... Okay. Die Hand eben war ein bisschen besser irgendwie, ne? Tja, ist die Frage, gehen wir jetzt auf Belagerung? Ich würde sagen. Der Elfen-Scharmützler, der zieht jetzt andere Karten aus dem Deck. Ah, nur einen. Das ist verschmerzbar. Der Hafka-Unterstützer, der zieht... Ah, zum Glück zieht da keiner aus dem Deck. Das wäre sonst ein bisschen übel geworden. Milva. Wie das einfach auch eine normale Karte mit der Stärke 10 ist. Was ist denn los? Okay, wir schwächen jetzt erstmal die Fernkampfkarten. Beachtet, wie der auf 2 bleibt zum Beispiel. Obwohl er vorher auf 1 war, durch Milva. Der Effekt gilt halt trotzdem. Jetzt haben wir Gleichstand. Mahakam-Verteidiger mit Stärke 5. Jetzt ist er wieder vor uns. Tja. Dann machen wir doch mal Horn des Kommandanten. Okay, er passt. Wenn wir den jetzt... Jetzt müssen wir ganz genau gucken. Also wenn wir mit Finte den rausziehen, dann verlieren wir nicht. Wenn wir mit Finte einen hiervon rausziehen, verlieren wir auch nicht. Dann fehlen uns 12. Wir sind aber trotzdem noch auf 28. Das Problem hier eher ist, dass wir den einen weiteren blauen Streifen ziehen könnten. Deswegen nehmen wir den raus. Hat sich leider nicht ausgezahlt. So. Ähm... Spüren wir mal den. Und holen uns... Den Trivog. Oder wie auch immer man es ausspricht. Okay. Das ist glaube ich der erste Gegner, der eine Horn des Kommandanten Karte hatte. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir Gleichstand. Und wir können nichts mehr tun. Ja. Und das Problem ist jetzt... Dass keiner von uns mehr Karten hat. Also keiner von uns hat mehr Karten, die... Irgendwas ändern. Also wir haben einen Unentschieden. Du kannst eine Rückpartie mit denselben Karten machen. Okay. Dann wird das Brett zurückgesetzt. Wir haben unsere Heldenkarte gezogen. Das sind also bessere Chancen für uns. Komm, das müsste doch jetzt mal hinhauen. Was sind das für Matches in dieser Folge? Und jetzt... Er passt. Wir können nichts runternehmen. Also... Uns verlieren wir nämlich... Wir ziehen eine Karte. Klärende Kälte nochmal. Cool. Richtig gut. Nicht. Okay. Er könnte auch Heldenkarten im Spiel haben. Hat er auch. Das machen wir erst zum Schluss. Schade. Hätte er ja auch in der Reihe spielen können. Das wäre besser für uns gewesen. Am Arsch. Wirklich am Arsch. Aber da können wir ja was machen. Oh, wir können sowas von... Was machen da? Oh, du spielst gutes Wetter. Okay, dann spielen wir jetzt denselben Song nochmal. Denselben Song nochmal. Ja. Hätte was werden können, aber... Hilft ihm jetzt auch nicht mehr. Wir haben immer noch die Möglichkeit... Die Reihe zu buffen. Und sind dann vor ihm. Oh, fuck. Okay, also selbst, wenn wir jetzt die Reihe schwächen... Was wir tun könnten... Verliert er nur drei Punkte, weil die nicht beeinträchtigt werden. Dann hat er 28 und wir 24. Ja, das sieht nach Finte aus, ne? Wir können die nicht behalten, also nämlich... Nö. Okay. Also ist er basically tot. Wir passen, verlieren, aber haben noch eine Einheitenkarte... Karte und er hat keine Karte mehr. Also haben wir gewonnen. Das sind knallharte Matches in dieser Folge. Knallharte Matches. Hoffentlich bekommen wir dafür eine anständige Karte. 20 Kronen ist klar. Und... Einschüchterer, eine Monsterkarte. Hier. Der Einschüchterer. Die haben wir schon zwei Helden einfach. Imlerith und den Kairan. Gruftweib Mumu haben wir. Gargoyle. Einschüchterer. Okay. War nicht der einzige Spieler hier. Was kann ich für dich tun? Mit ihr müssten wir auch spielen können. Yes. Ja, dann wollen wir mal sehen, was du so für ein Deck hast. Hast du Lust auf eine Partie gewinnt? Dieses Lächeln. Okay. Spielen wir wieder. Mit den nördlichen Königreichen. Was anderes können wir ja gerade nicht. Sie hat ein Monsterdeck. Interessant. Sehr interessant sogar. Spielen wir den Greif direkt mal. Okay. Was haben wir hier nochmal für eine Fähigkeit? Verdoppelte die Stärke deiner Nahkampfeinheiten. Das ist fies. Und wir haben keine klirrende Kälte. Okay. Kleiner, mieser Knilch. Kleiner, mieser Knilch. Wir wissen ganz genau, was du vor hast. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Anführer, mieser Knilch. Okay. Anführer, mieser Knilch. Anführer, mieser Knilch. Die Frage ist, was spielt er noch? Wir könnten jetzt natürlich Stennis spielen. Kriegen dann zwei Karten und dann mit neun. Er gewinnt zwar die Runde. Vielleicht kriegen wir ihn noch dazu, noch mehr zu spielen. Dann können wir mal abwarten. Okay, er ist nicht blöd. Er passt. Wir müssen mal eben gucken. Wenn wir jetzt den spielen, dann haben wir hier in der Reihe acht. Wir können es dann noch verdoppeln. Und dann hätten wir gewonnen. Naja, es ist doof. Wenn wir das gute Wetter aufheben, dann... Ne, das bringt uns auch nichts. Okay, wir machen jetzt mal folgendes. Wir spielen tatsächlich den... Das reicht gar nicht. Ich bin dumm. Okay, jetzt müssen wir aber gewinnen. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Was machen wir denn mal? Ich habe falsch gerechnet. Irgendwo in meinem Kopf gab es einen Denkfehler. Einen fatalen Denkfehler. Dann haben wir eine Karte weniger als er. Das ärgert mich ein bisschen. Okay. Wir... Ne, wir geben auf. So viele Missplays von mir in dieser Folge. Schade. Irgendwie bin ich nicht so ganz konzentriert und bei der Sache. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber... Ich habe mich jetzt schon mehrfach verrechnet irgendwie. Es ist nicht ganz klar, was in meiner Rübe abgeht. So, den nehmen wir raus. Oh, das ist zu viel. Zu wenige Einheitenkarten hier. Du kannst auch weg. Das ist keine gute Hand. Das ist gar keine gute Hand. Plötze. Das ist eine Monsterkarte. Das ist auch irgendwie absurd, ne? Ja, im Grunde können wir das Spiel aufgeben. Die Hand ist zu schlecht. Wenn man nur... Wenn man nur Grütze spielt... Äh, nur, nur, nur Grütze spielt. Und ja, das auch. Und nur Grütze zieht. Hat man logischerweise keine Chance. So, das sieht schon mal besser aus. Keine Ahnung, warum er jetzt den Sound gemacht hat. Als hätten wir eine Heldenkarte gezogen. Wir haben keine gezogen. Unser Gegner ist am Zug. Wir dürfen nicht vergessen, dass er seine Nahkampfreie stärken kann. Allerdings haben wir klirrende Kälte. Ich gehe jetzt erstmal nicht auf Nahkampf. Ich spekuliere, dass er auf Nahkampf geht. Er geht irgendwie nicht auf Nahkampf. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder soll. Gleichstand. Fuck, bei den Monstern ist es so, dass eine Karte liegen bleibt. War das nicht so? Ach, Gott sei Dank. Bei meinem Glück dachte ich, dass Imloreth liegen bleibt. Er passt. Das ist auch gar nicht dumm von ihm. Wir müssen... Wir müssen... So, die Karte bleibt jetzt wieder liegen. Wir dürfen eine Karte ziehen. Kriegen den Nebel. Der bringt uns nicht so wahnsinnig viel, ehrlich gesagt. Ja, wir müssen ja jetzt all out gehen. Es ist ein bisschen blöd. Das war zu befürchten. Dass so etwas in der Art passieren würde. Um Gottes Willen. Das ist aussichtslos. Oh, das ist so was von aussichtslos. GG. Wir schaffen es nicht. Kann ich irgendwas an dem Deck machen? Ein Nilfgaard-Deck können wir nicht spielen. Kann ich irgendwas an dem Deck machen? Weil es ist nicht gut. Ich glaube, wir nehmen einmal Finte raus. Oder wir nehmen einmal Extremdichter Nebel raus. Machen nochmal Horn des Kommandanten rein. Und wir nehmen jetzt mal die Belagerungsexperten raus. Dann habe ich lieber irgendwelche Karten, die... Dann habe ich lieber noch die beiden drin. Ja. Fühlen wir nochmal gegen Joanna. Was kann ich nicht tun? Nein, das habe ich nicht gesagt. Also ich habe es doch gesagt, aber... Hast du Lust auf eine... Ich dementiere es trotzdem. Und behaupte das Gegenteil? Nein. Was hatten wir hier noch für... Da gab es noch verschiedene Anführer, die wir noch hätten wählen können. Verdoppte die Stärke deiner Belagerungseinheiten. Ja, lassen wir so. So. Ziehen wir jetzt mal was Gutes. Dreimal die ist cool. Drachenjäger. Nur die Drachenjäger ist ein bisschen lame. Gehen wir all in. Werwolf. Okay, jetzt sieht es schon danach aus, als würde er auf Nahkampf gehen wollen. Schauen wir mal. Junge. Was sind dies für Karten? Hmm. Mmm. Musik Okay, I guess. Auch wenn ich nicht genau begreife, warum er das tut. Oh, fickt doch die Hände. Das ist doch nicht wahr. Vor allen Dingen bleibt die blöde Heldenkarte liegen. Nee, doch nicht. Okay, die Heldenkarte gilt nicht für den Effekt. Das ist gut zu wissen. Das rettet uns ein wenig. So, Krapfspinn-Ungetüm. Jetzt kommen die kleinen Krapfspinnen hier in die erste Reihe. Er kann aber nicht mehr die Stärke verdoppeln. Das ist für uns sehr wichtig. Wir kommen nicht auf genug Kraft, wenn wir nicht die blauen Streifen nutzen. Die Mume. Oh Gott, ich fass es nicht. Wie soll man denn da jetzt irgendwas noch gegen tun? 36. Ah. Wie viele Units will er noch holen? Offenbar alle. Alle, die es gibt. Okay. Wir dürfen eine Karte ziehen. Es ist nicht wirklich eine Karte, die ich ziehen wollte. Er hat noch zwei Karten, okay. Wenn es keine Heldenkarte ist, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Junge, Junge. Was eine knappe Kiste diesmal schon wieder. Wir brauchen wirklich Karten, die uns stärken. Die unsere Decks verbessern. Ansonsten kommen wir bei den Gegnern hier nicht mehr weit. Wir kriegen Kronen. Und was kriegen wir noch? Eine Scoia-Tel-Karte. Die, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gut ist. Das ist halt einer, den man, ähm, in die Nahkampf- oder in die Fernkampf-Reihe spielen kann. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch gegen den Baron spielen können. Ey. So gemein wollte ich gar nicht sein. Die Frage ist, ob wir gegen ihn überhaupt Gwinn spielen können gerade. Oder ob wir nur die Hauptquest weiter fortsetzen können. Kann ich gegen dich Gwinn spielen? Ich höre. Womit kommst du zu mir? Mit Gwinn. Schon mal Gwinn gespielt? Oh ja. Ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Das klingt ziemlich gut. Kann losgehen. Also von ihm können wir erwarten, dass wir eine gute Karte kriegen. Eventuell ja sogar eine Heldenkarte. Mal sehen. Mal sehen. Wir haben gute Karten gezogen. Dreimal Horn des Kommandanten. Tribok. Okay. Womit fangen wir denn mal an? Ähm. Wir können die Fernkampfreihe schwächen. Wir fangen mal mit Belagerung an. Er kann ruhig gerne mehr Fernkampfkarten spielen. Das kommt uns sehr gelegen. Er spielt starken Regen. Dann spiele ich Soltan. Er will blaue Streifen spielen. Ich hebe den Regen auf. Das bringt ihm jetzt nicht wirklich viel. Er könnte natürlich seine Karten leer spielen. Ich weiß nicht, ob er das tun wird. Dijkstra. Jetzt spielt's. Er kriegt zwei neue Karten. Ähm. Wir lassen ihn mal kommen. Okay. Er will massiv Karten spielen. Jo. Ist klar. Wie viele Karten willst du spielen? No. Okay. Er verliert ja seinen Kartenvorteil. Bei dem, was er da gerade tut. Jetzt haben wir, okay, jetzt ist er stärker. Wahnsinn. Er passt. Wir spielen jetzt den und passen dann. Quatsch. Dann kriegen wir eine Karte zurück. Und wir sind am Zug. Es kommt halt jetzt wirklich ganz stark drauf an, was wir ziehen würden, wenn wir Sennis spielen würden. Das weiß ich natürlich nicht. Drachenjäger. Okay, wenn er weiter so Gümpelkarten hat, dann gewinnen wir tatsächlich noch. Was hat er für eine Fähigkeit nochmal? Extrem dichter Nebel. Also er kann die Fernkämpfer schwächen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir, wenn wir ihm fünf Punkte geben, mehr daraus kriegen? Als... Es ist recht wahrscheinlich. Wir haben also plus vier bekommen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass er die Fernkampfreie noch schwächen kann. Wie wäre es, wenn du damit aufhören würdest? Er hat gepasst. Gut, wir sind aber noch nicht fertig. Wir spielen den und wir spielen die, falls er die noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise... Ja, wir haben die Runde gewonnen. Ja, der blutige Baron, leichter als die beiden Schmiede da draußen. Du hast gewonnen. Ein Mann zählt nur so viel wie sein Wort. Da hast du die Karte. Ich fürchte, in Wehlen findest du nicht viele würdige Gegner. Der Bootsbauer in Erzdorf könnte einer sein. Außerdem gibt es da noch einen alten Wahrsager östlich von hier. Ähm, bei der Windmühle, so viel ich weiß. Und dann ist da noch dieser Junge. Nicht gescheiter als eine alte Meere. Aber Karten spielt er teuflisch gut. Ich weiß nicht, ob du dem schon gewachsen bist. Okay. Interessant. Sigismund Dijkstra. Da haben wir die Karte doch endlich. Das ist eine gute Karte. Die ist besser als Stennis. Wir behalten aber beide im Deck. Und nehmen dafür Sabrina raus. Sehr schön. Ja, einen können wir noch, würde ich sagen. Einen machen wir noch. Und wir wählen uns aus den Bootsbauer in Erzdorf. Denn in Erzdorf waren wir ja schon. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, alle Gewinnspieler bekämpft, die es in Kränenfels gibt. Latschen wir einmal zurück. Ja, das ist schön, junger Mann. Da freue ich mich doch für dich. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, warst du nicht? Auf jeden Fall hat er einen tollen Posten. Ich beglückwünsche auch dich. So, Erzdorf. Erzdorf müsste hier sein. Gar nicht weit weg. Ich habe gehört, es gibt hier einen Bootsbauer. Wo ist denn der? Ich habe sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu Verstand bringen soll. Da hat sie mir ein Amulett. Wir können ja mal die Quest anwählen. Und der Bootsbauer ist da unten. Herr Bootsbauer. Baut ihr eure Boote aus Kiefernholz? Natürlich nicht. Meine Frau hat Kiefernholz angeschleppt, damit ich hier eine Wiege baue. Läuft das Bootsgeschäft denn nicht gut? Überhaupt nicht. Es gibt keine Fische. Ja, und außerdem sind überall Kriegsschiffe auf den Flüssen. Also da will ja keiner hin. Ich habe gehört, du bist ein guter Bootsbauer und ein noch besserer Kartenspieler. Willst du spielen? Na, warum frage ich denn sonst? Bin immer bereit für eine Partie. Gut, spielen wir mit unserem nördlichen Königreichedek. Wir haben ja kein anderes. Und er spielt mit Nilfgaard. Verräter! So, wir haben Dijkstra. Wir haben Stannis. Wir können also vier Karten ziehen. Und nicht nur das. Wir können die Karten ziehen und dann klirrende Kälte einsetzen, sodass ihm das überhaupt nichts bringt. Ähm, ich nehme mal die blauen Streifen raus. Und ich nehme Vess raus. Impera Brigade. Was ist seine Fähigkeit nochmal? Ah, das ist Quatsch. Was ist seine Fähigkeit? Zieh eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Fies. Sehr fies. Ähm, na, 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 na. So. Der Ingenieur. So, Schieler und Detmold sind wieder vereint. Batir de Redo. Quasi Sigismund Dijkstra. Von Nilfgaard. Schwupp. Oh, da gibt er uns jetzt aber ordentlich Stärke. Kann ich eigentlich... Ich kann ihn auf meine Seite ziehen oder ihn. Er ist natürlich viel schwächer als er. Weil ihn setze ich ja dann auf seine Seite und das wäre nicht gut. Wir holen uns mal. Wir holen ihn uns mal. Okay, er spielt Leto. Wir spielen Kyra. Warum sollte er das tun? Wobei für ihn war das gar nicht so doof. Und Stefan Skellen ist immer noch... Also wir haben acht verloren und er hat glaube ich nur drei. Zwei er hat... Also er hat... Ja. Und er weiß ja nicht, dass wir noch solche Karten spielen würden. Was ist das für ein Spiel bitte? Was ist das für ein Spiel? Es ist einfach komplett wild, was hier gerade passiert. Geil. Okay. Ähm... Wir könnten... Wir könnten... Die Stärke dieser Reihe verdoppeln. Und er passt. Das sollten wir vielleicht auch tun. Und wir ziehen dann eine Karte. Okay. Nice. Wir können zweimal das Wetter schön machen wieder. Ja, jetzt werden wir richtig all in gehen. Aber er hat glaube ich noch einen Spion auf der Hand, ne? Schwerer Feuerskorpion. Ach du Scheiße. Das ist eine starke Karte. Zehn. Nicht ganz so stark wie Heldenkarten, weil die wie gesagt ja durch Wettereinflüsse nicht beeinträchtigt werden. Aber trotzdem eine sehr gute Karte. Hier haben wir eine Magierin. Ihr könnt zwei Reihen verstärken und das wird einfach der Overkill für ihn. Hä? Feuerskorpion und schwerer Feuerskorpion. Ja, der einzige Unterschied ist... Wobei man sieht es auch an der Größe, dass das Ding größer ist. Und hier sind noch mehr Schrapnelle oder Geschosse. So, nice. Morvan Vorhis. Den haben wir schon gesehen. Morvan Vorhis war tatsächlich sehr hochrangig, wie wir gesehen haben. Okay, verdoppeln wir die Stärke dieser Reihe. Nein. Nein. Hör auf, Karten zu ziehen. Das ist bitter. Sie hatten die gleiche Stärke. Verbrennen die Karte kannten wir noch gar nicht. Ja. Lege diese Karte nach dem Ausspielen ab. Entfernt die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Bei ihm wurde irgendwie nichts entfernt. Oder? Wurde da was entfernt? Ich habe nichts gesehen. Gut. Gut. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Du schon wieder. Ja, ich will dich besiegen, Jung. Wie wär's mit deiner Partie? Warum nicht? Bin immer be... Gib mir deine Karte. Das muss eine gute Karte sein. Das schaffst du nicht. Aber das war aber auch ein wildes Spiel. Wie viele Spione wurden da ausgespielt? Ist das verrückt? Und wir haben schon wieder nicht Philippa gezogen. Das kann doch nicht angehen. Ja, gut. 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 Wir sind am Zug. Er hat elf Karten. Gib mir den. Wenn er verbrennen hat, dann bringen mir die überhaupt nichts. Ich kann das annullieren. Ich hoffe, das ist dir klar. Annulliere ich es jetzt schon. 34 gegen 10. Ich passe. Er denkt sich, lass mal lieber. Nice. So, was haben wir? Wir haben Batil. Wir könnten damit natürlich noch zwei Karten ziehen. Wir holen ihn uns. gut. 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 Go, Philippa. Bis zum nächsten Mal. Es ist relativ wahrscheinlich, dass er Verbrennen auf der Hand hat. Das Problem ist, wenn wir jetzt aufgeben, dann könnte er in der nächsten Runde Regen haben und dann sind wir tot. Dein Ernst? Dein verschissener Ernst? Was macht er jetzt? Was hat er sich denn geholt? Hat er sich... Er hat sich Watir geholt, oder? Ne, den hat er ja schon. Hä? Was hat er sich geholt? Ich will es wissen. Wir sind immer noch vor ihm. Wir sind immer noch vor ihm. Aber wenn wir jetzt den... Das ist jetzt ein Gamble. Er muss schon... Eine Karte muss er mindestens noch spielen. Dann hätten wir drei gegen zwei Karten. Ich habe nur den und kann... Ja, weißt du was ich? Wir gehen all in. Das macht sowieso keinen Sinn mehr. Jetzt... Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja nur... Ich kann nur passen. Ja, komm. Es ist halt echt... Wie soll ich gegen solche Gegner gewinnen? Wie? Wie soll ich gegen solche Gegner gewinnen? Die haben 20 Millionen Heldenkarten. Wir haben eine. Du schon wieder. Eine. Wie wär's mit einer... Warum nicht? Bin immer bereit. Und es ist ja nicht so, als könnte ich an dem Deck groß was ändern. Nicht wirklich zumindest. So, jetzt haben wir... Ach guck, ich kann doch nicht dreimal Horn des Kommandanten haben. Was ist das denn? Ja, es war so klar. Es war einfach so klar wieder. Okay, er passt tatsächlich. Wir könnten... Hier steht... Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus. Warum kann ich Horn des Kommandanten nicht zurücknehmen? Das passt mir nicht. Wir nehmen Skellen. Auch wenn das dumm wirkt, aber wir haben ja klirrende Kälte. Wir ziehen jetzt noch eine Karte. Okay. Nochmal klirrende Kälte. Er könnte gutes Wetter haben. Mal sehen, ob er gutes Wetter hat. Wenn er gutes Wetter hat, wird er eine böse Überraschung erleben. Die könnten wir auch schwächen. Das ist die Frage. Geht man jetzt all in? Ich warte immer noch darauf, dass er gutes Wetter spielt. Okay. Das verdoppelt die Stärke um 10. Er könnte immer noch verbrennen haben, wobei er 10 Karten nicht gezogen, das ist recht viel. Tja. Mehr kann ich nicht machen, er hat halt super viele Heldenkarten. Drei gegen drei heißt es dann und. Ja. Ja, of course. Wir müssen spielen, es bringt nichts, wir müssen spielen. Und ich muss meine gute Wetterfähigkeit noch in der Hinterhand haben. Kann ich nachdem ich alle Karten gespielt habe noch meine Fähigkeit einsetzen? Ich glaube nicht, ne? Wenn er klirrende Kälte hat, sind wir halt sofort besiegt. Aber ich kann ja jetzt nichts mehr machen als zu passen. Klirrende Kälte selbst zu spielen wäre natürlich kompletter Unsinn. Okay. Okay. Hä? Okay. 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 Was feststeht ist, dass die Folge nicht enden kann, ohne dass wir ihn besiegt haben. Ich glaube, das ist klar. Weil die nächste Gewinnfolge kommt erst, das dauert noch eine Weile. Also wir kriegen es nicht hin, ihn zu besiegen, er ist zu stark. Er ist einfach zu stark. Wahnsinn, sowas habe ich noch nicht erlebt. Okay. Das ist gut. Leider halt keine Sonderkarte, ne? Das kann auch nach hinten losgehen. Wir können ja aber noch welche ziehen eventuell. Wir haben keine Sonderkarten gezogen. Gleichstand. Frust, Dennis! Der hat Karten, ne? Da kräuseln sich mir die Sackhaare. Ich kann das einfach nicht begreifen. Vor allen Dingen zieht er jedes Mal, jedes beschissene Mal zieht er seine Heldenkarten. Der hat auch irgendwie nur ein super kleines Deck, ist euch das mal aufgefallen? Ich weiß gar nicht wie das geht, eigentlich ist das Cheating. Ach, verreckt doch im Rindstein. Verreckt doch einfach im Rindstein. Wirklich. Verreckt im Rindstein. Tu mir den gefallen. Verreckt im Rindstein. Verreckt im Rindstein. Verreckt im Rindstein. Are you for real? Nö. Das reicht nicht. Gut. Wunderbar. Wir kriegen noch eine Karte drauf. Welche Karte wird es sein? Die Finte. Damit können wir zweimal die spielen. Das ist großartig. Welche Karte holen wir uns denn dann wieder? Wir holen uns Stannis. Stannis the goddamn Menace. Ja. So. Katapult. Schenken wir ihm die Runde? Nö. Nö, nö, nö. Ah, okay. Wir schenken ihm die Runde. Er hat nur noch zwei Karten. Wenn er allerdings klirrende Kälte hat, haben wir ein Problem. Er hat natürlich Leto von Guleta. Natürlich hat er Leto. Natürlich. Ja, wir haben gewonnen. Schön. Wir haben gewonnen. Endlich. Geht doch. Den. Jetzt haben wir schon Gleichstand. Jetzt haben wir mehr als Gleichstand. Und jetzt holen wir uns noch was anderes wieder. Was holen wir uns noch wieder? Das sind fünf. Das sind sechs. Wir holen uns noch den dazu. Und wir haben ihn besiegt. Danke. Scheiß Bootsbauer. Gibt's doch nicht. Eine XXL-Gewinnfolge. Nach den Regeln gehört die Karte mir. Ja, so ist es. Ihr Götter, ich glaube, du hättest das Zeug gegen Hadi anzutreten. Die Leute lachen über ihn, weil er noch jung und nicht gerade klug ist. Aber angeblich hat er es gewagt, den Baron selbst zu besiegen. Oh, Leto von Guleta. Das ist großartig. Wisst ihr auch, warum das großartig ist? Weil das heißt, dass wir endlich unser Nilfgaard-Deck auch mal spielen können. Das Nilfgaard-Deck ist zwar schwächer. Zumindest macht es aktuell den Anschein, als wäre es schwächer. Wie viele Karten haben wir da? Wir haben sehr viel Fernkampf. Wir haben wenig Belagerung. Das heißt, wir wollen eigentlich eher strömen. Drömen, also wir wollen eher die rausnehmen. Dafür nehmen wir zweimal Finte rein. Was macht denn die nochmal? Ah ja, da können wir eine Karte aus dem Ablagestapel nehmen. Das ist gut. Ja, damit haben wir, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal ein Nilfgaard-Deck. Durchsuche deinen Nachziehstapel nach strömender Regen. Schau dir drei zufällig gewählte Karten aus der Hand deines Gegners an. Das bringt es, glaube ich, nicht wirklich. Also wir machen dann eher die hier. Dann brauchen wir strömender Regen doch auch nicht. Wenn wir das eh ausspielen können, dann nehme ich lieber nochmal das Horn des Kommandanten rein. Ja, cool. Ja, eine XXL-Gewind-Folge muss auch mal sein. Und wir haben einen weiteren wichtigen Spieler in Velen besiegt. Aber das wird nicht der letzte gewesen sein. Was ist mit dir eigentlich? Haben wir gegen dich schon gespielt? Gegen den haben wir auch noch nicht gespielt. Gut, das heben wir uns für die nächste Gewinn-Folge auf. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.